Ich habe in meinem Leben noch nie eine Wärmeflasche eingesetzt. Noch nie. Ich habe in meinem Leben noch nie geschraubsaugt. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas festgenäht. Ich mache keine Gartenarbeit. Das ist nicht mein Ding. Ich mache kein Cheerleading. Ich kannte kein Cheerleading. Das ist nicht mein Ding. Ich bin nicht so der Einrichtungsmensch, sondern wenn ich halt eine Kerze habe, ist das für mich eine Funktion. Ich habe keine Wärmeflasche. Ich will keine Wärmeflasche. Das geht alles jetzt um diesen Reißverschluss, weil ich habe gar keine Ahnung vom Zaunkleid. So ist es. Ah, super. Der Kaiserschnitt ist einfach nicht mein Thema. Aber was heißt denn nochmal Larve? Twerking, genau. Das war es mit dem Po-Wackeln. Genau. Ja, wo ist der Hüftknochen? Ich weiß nicht, was ein Hüftknochen ist. Also das hier. Was hat denn bei Zumba? Ich kenne Zumba nicht mal. Nie gehört. Bitte? Was ist Zumba? Das, was ja dahinter ist. Nein, an dieses Twerking oder wie das heißt. Das ist anscheinend in diesem Musikvirus groß. Ja, ja, ja. Ich habe auf jeden Fall viele Schwächen. Ich verstehe die Tierwelt nicht gut. Ich habe keine Ahnung vom Haushalt. Keine Ahnung, ja. Also das ist einfach... Also ich habe gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung von so Klöstern und Mönchen und so. Und Fugen, wo auch immer sie auf der Welt sind, interessieren mich nicht. Und Fugen, wo auch immer sie auf der Welt sind.